Zum Staffelfinale gibt es bei den Wollnys nochmal ordentlich Drama, warum die Hochzeit von Davinia und Freund dem Katzenbauer vorerst abgesagt ist. Die gesamte Staffel drehte sich um die Planung der Vierfachthaufe von Heli, Linus, Aurelio und Hob. Im Hintergrund muss es wohl gebrodelt haben, denn hiermit hat wohl kaum jemand gerechnet, kurz vor der Vierfachthaufe verkünden Davinia und dem Nun, dass sie ihre Hochzeit auf vorerst unbestimmte Zeit verschieben. Gefährdet dies die lang geplante Taufe? Immerhin sollen ihre beiden Kinder ebenfalls getauft werden. Die Hochzeit blase ich ab, alle Hintergründe zum Streit zwischen Davinia und Tim. Davinia Wollny ist wieder bei ihrer Mutter eingezogen. Silvia kam gerade aus der Türkei zurück nach Deutschland, als sie die Nachricht erreichte. Zwei Tage vor der Taufe ihrer Kinder und sechs Wochen vor der geplanten Hochzeit scheint alles aus zu sein. Jetzt gerade, zu diesem Zeitpunkt, kann der mich mal kreuzweise. Ich möchte meine Zeit haben, um über alles nachzudenken. Die Hochzeit blase ich ab, so Davinia im Gespräch mit ihrer Mutter. Eigentlich hatten sich Davinia und Tim kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes Linus dazu entschieden, am dritten Jahrestag ihres Kennenlernens standesamtlich zu heiraten. Der Heiratsantrag im April 2022 am Strand in der Türkei hätte nicht romantischer sein können. Ist jetzt alles vorbei? Es ist so dermaßen eskaliert. Davinia Wollny zieht Schlussstrich. Grund für das Auseinanderleben, die Zweisamkeit zwischen Davinia und Tim ist auf der Strecke geblieben. Seit der Geburt der Kinder schien der Stress nicht nachzulassen. Du hast nicht nur die Kinder, für die du da sein musst, du hast auch noch eine Partnerin und eine Beziehung, die du pflegen musst, wirft Davinia ihrem Verlobten vor. Abends ist es zum Beispiel so, er setzt sich lieber vor seine Konsole, anstatt sich mit mir auf die Couch zu legen. Und was sagt ihm dazu? Sichtlich getroffen erklärt er die Situation so, wir hatten viele, viele Streitigkeiten in den letzten Wochen. Es ist so dermaßen eskaliert. Ich habe gezockt, um abzuschalten. Doch der Streit regt ihn zum Nachdenken an, ich bin mir klar, dass sich da was ändern muss. Das Leben mit meiner kleinen Familie ist mir wichtiger als alles andere. Auch Davinia kommt im Gespräch mit ihrer Schwester Estefania auf versöhnlichere Gedanken. Vierfachthaufe in Gefahr? Trotz der Streitereien raufen sich Davinia und Tim vor der Vierfachthaufe zusammen. Den Abend vorher suchen sie ein klärendes Gespräch miteinander. Es muss sich was ändern, sonst sehe ich hier keine Zukunft drin, sagt Davinia, sie habe zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dennoch, nach drei Tagen bei Mutter Silvia, überredet Tim seine Verlobte dazu, wieder in die gemeinsame Wohnung zu ziehen. Ich habe dich in den letzten drei Jahren noch nicht einmal so krass vermisst, wie zuletzt, gesteht Tim. Ihre Hochzeit ist trotzdem erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ent Republic des Landes 9 10 10 12 12 12 13 15